Ich bin aufgeregt, aber freudig aufgeregt. Woo! Hallo, mein Name ist Janice. Ich bin aus dem Videodepartment und bekomme heute ein Tattoo. Ich kriege ein Tattoo von der lieben Aokunaru auf meinem Arm, und zwar von dem Anime Dororo. Ich wollte unbedingt zu Aokunaru, weil ich ihren Style liebe. Ich liebe Animes, die macht das super toll. Und ich freue mich sehr, 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 sehr doll drauf und bin gespannt, wie es wird. Ich habe ihr ein paar Vorschlagbilder geschickt, und da hat sie sich einen Favoriten rausgesucht, und den kriege ich dann wahrscheinlich. Ich weiß noch nicht, wie groß es wird. Ich lasse mich da von ihr überraschen. Ich bin da offen, weil ich habe noch nichts an dem Arm, großartig, und da kann sie sich austoben. Let's go! Janice, bist du aufgeregt? Nee, ich freue mich eher. Also klar, ein bisschen aufgeregt, aber ich freue mich einfach sehr, sehr, sehr doll, dass es gleich losgeht. Ich habe das gemacht. Okay, ich weiß nicht, ob du es wollte. Ja, ich wollte es. Ja? Ja. Okay, perfekt. Ich liebe es. Also, es war die erste Idee, die du mir hast, und ich habe das, dass es das coolste ist, glaube ich. Okay, wenn du es möchtest. Ich liebe es wirklich. Ja? Ja, perfekt. Und du nur willst, was? Blech und blau. Ja. Ich werde es, sagen Sie, wie es besser ist. Ja. Oh, wie findest du? Krass. Sieht gut aus? Ja. Sieht cool aus, oder? Ich lieb. Oh ja, ist richtig, richtig schön. Mega. Love it. Also, warum ich mir ein Doro-Tattoo stechen lasse, ist, ich lieb diesen Anime einfach, ich find die Charaktere toll, der hat mich super krass zum Nachdenken angeregt und mich begleitet der jetzt schon eine ganze Weile, weil ich den halt echt so Mindfuck-mäßig finde. Ich grins mal in die Kamera. So? Ja. Diese Ansage ist ein bisschen awkward, grinst du mal in die Kamera? Das hab ich auch genommen. Oh. Ja. 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 Das ist so cool, oder? Ich bin so cool. Come on. Ich kann jetzt immer so poseen. Dope! Vielen Dank. Vielen Dank. Du hast eine sehr, sehr gute Haut. Danke. Ich möchte ein Arm voll von Anime jetzt. Das ist die normalen Reaktion. Mein Name auf Instagram ist Aokunaru. Mein Name ist Anna, aber jeder nennt mich nur. Ich bin von Barcelona. Ich bin ein Anime- und Manga-Tattooer von drei oder vier Jahren, aber ich bin für zehn Jahre. Heute habe ich ein Manga-Panel von Dororo gemacht. Ich weiß nicht, wie Sie es hier präsentieren, aber es ist ein Anime von einem Mann, der zwei Bläden an der Hand hat. Es ist wirklich cool. Ich habe das ganze Tattoo gefühlt. Ich mag das Ergebnis. Ich bin jetzt fertig. Es ging super schnell. Ich glaube, drei Stunden haben wir jetzt nur gebraucht. Ich bin so zufrieden. Also es sieht wirklich, wirklich gut aus. Sie ist super nett, super cool drauf. Ich habe mich sehr, sehr gut mit ihr verstanden. Die Zeit verflog jetzt wirklich wie im Flug. Und ich empfehle es jedem. Kommt hier zu Mami, I'm sorry. Holt euch ein Tattoo ab. Es war wirklich toll. Jederzeit wieder. Ja. Do your happy dance. Was? Do your little happy dance. Ich habe keinen happy dance. I'm out. Cool. Jetzt muss ich so einen Effekt reinmachen. Erinnerung an die Zukunft, Janice, macht so einen Effekt rein.